servus liebe board of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal willkommen zu einem special bonus key de facto bevor ich loslege grüße gehen raus an xahutek und an skrall die beiden kompagnons hier in dem m plus run mit drin normalerweise war ich nur noch darauf aus dienstag spätnachmittag einen klitzekleinen run zu finden mit meinem parlor dass ich zumindest irgendwas in der volt drin habe weil ich davor zu sehr den druiden gescheppert habe und für alles andere wenig zeit hatte und dann bin ich in jene nette gruppe gekommen und wurde direkt erkannt von den beiden herren hatte normalerweise nicht vor hier aufzunehmen aber ich dachte mir dann weiß ich wenn du wenn wenn das schon mal so ist dann kann man ja quasi einen community light key ausmachen habe ich zu viel geschwatzt und dafür sorgen dass zumindest die sich im key wiederfinden in irgendeiner form deswegen gucken wir uns das ganze jetzt mal an ich bin wie immer als extrem kranker und geiler heiler unterwegs also da dürft ihr euch freuen auf jede menge satte action habe ich ein richtig gutes gefühl und ansonsten würde ich sagen gucken wir uns einfach mal an was hier so abgeht was haben wir denn plus vier nekrotische schneise es ist platzend aktiv sehr zu meinem bedauern ein affix den ich ja mit dem parlor nicht so gut zutraue wenn man das so sagen darf aber ich glaube ich glaube es gibt schlimmeres dürften wir halbwegs hinbekommen dann bin ich auch hauptsächlich hier unterwegs um schön damage zu pushen alles andere ist für lutscher wenn ihr heilung braucht braucht heilt euch selbst oder so da oben der pull da könnte ich jetzt theoretisch schon irgendwas reinlegen aber ich denke mir so nö die eschen hebe ich mir für den boss auf damit es da richtig scheppert wir sind noch in der selben woche in der ich auch von meinem eulchen ähm das video hochgeladen habe beziehungsweise den run also mit easy peasy fortified und hier jetzt gerade noch bursting platzend mit am start es ist jetzt also nichts super schwieriges in der kombination und ich denke oder gehe stark davon aus dass wir hier ohne probleme durchkommen sollten ich habe es so ewig nicht mehr geheilt das fühlt sich schon überhaupt nicht mehr natürlich an hier ach so und ich muss die flamme neu setzen mhm i forgot sorry aber es ist ja auch decay ne der kann sich auch ruhig mal ein bisschen selber heilen da wollen wir gar nicht erst mit anfangen hier mit irgendwelchen spirenzchen so boss der sollte ja dementsprechend dann noch ein bisschen einfacher sein pull den pull den lütten einfach mal ran hier zack in meinen mund und jetzt kommt hier die wunderschöne ashen hollow über das halbe gebiet gelegt und jede menge damage spells da rein da kommen noch die flickwerk soldaten die sind mir aber auch relativ latte einfach durchbrezeln so ich habe bisher noch keinen einzigen heal spell gewirkt und ich bereue gar nichts komm jetzt mal die taschenlampe reingehalten aber der boss kriegt ziemlich gut schaden wenn ich das so sehe also ich bin auf jeden fall vor dem tank der ashen hollow ballert äh der parla mit wings ab und so weiter doch ganz gut wenn ich das so sagen darf komm kilit 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 sehr schön gut dps i'd say die zwei auflagen hier fuck it interessiert keinen mal schauen auf was wir die in die pushen können in sachen damage ich denke da geht doch noch einiges mehr aber ich wollte gerade sagen die den t von t eota haha habe ich drin was habe ich denn hier gekriegt tempo ich glaube tempo ist sogar ziemlich gut oder tempo ist ziemlich gut noch besser wäre da eigentlich nur int aber ich glaube da werde ich jetzt nicht rerollen nicht dass da noch was schief gehen wird also so crit oder so eine scheiße bräuchte ich jetzt glaube ich erstmal nicht zack 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 Immer noch wegen der Ashen. Das macht er mir auch jetzt noch. Und dann so in 9.1 hat er mir irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht. Und jetzt, ich hatte ihn ja monatelang nicht mehr ausgepackt. Jetzt dachte ich mir dann so, boah, irgendwie der Palan, da hätte ich schon nochmal Bock. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist jetzt einfach so passiert. Aber okay. Nehmen wir mit. Idees wurde Idees. Mal schauen, wie lange ich da Bock drauf habe. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal anfangen, einen DD-Twink noch mit hochzuziehen. Gerade wenn man dann bald die T-Teile selbst craften kann, erhoffe ich mir da doch... Weiß nicht. Da hast du halt auch, selbst wenn dein Schaf vielleicht nur 2,60er hier hat oder so. Aber wenn du dann mit einem 4er-T-Set-Bonus da rein hüpfst, das macht halt einen extremsten Unterschied. Und da habe ich durchaus Bock drauf. Da freue ich mich drauf. Muss mir nur noch im Klaren sein, welchen Twink ich denn dann spielen möchte. Oder eben auch nicht. Da wurden schon wieder die nächsten Orbs vergessen. Okay, die holt einer. Very good, very good, very good. Okay. Okay. So, Rinder. Habe ich einen Self-Pot? Ja, habe ich tatsächlich. Aber wir gehen big or go home. Finde ich tatsächlich sogar gut. Weil es ist plus 4. Who cares? So, da haben wir so ein Taschenlämpchen reingehalten. Das müsste für die meisten schon reichen. Hat der weg, dass der nicht stirbt. Ich habe da auch nochmal einen kleinen Heel gespritzt. Und zack, sind wir doch... Sind wir doch halbwegs Gucci hier. Okay. Jetzt ist die Frage. Scheppert er da durch? Ja oder nein? Ja, scheppert. Da gibt es nämlich dann die Ashen Hollow. Perfekt. Und da gibt es jetzt richtig Fratzengeballer. Also da werden jetzt... Ups. Fast aus dem Spiel getappt. Nice. Da werden jetzt wirklich die Babaschellen verteilt. Nur aufpassen, dass ich selber nicht sterbe. Naja, ging doch. Würde ich sagen. Genug geheilt. 5,4 K DPS gemacht. Ich denke, das ist okay für einen Heiler. Da soll nochmal einer meckern jetzt. Oh, das war der Cleave Boy. Ups. Please kick. Ja, da hätte ich vielleicht nicht mitten durchrennen sollen. Beziehungsweise den nächsten Swing erstmal hätte abwarten sollen. Aber wir haben keine Zeit. Es drängt. Alles drängt. Viel zu tun. Da muss man natürlich auch mal mit dem Parler ein bisschen Gas geben hier. Okay, er will die da oben auch noch spielen. Wenn er das möchte, soll er das bekommen. Okay. Okay. Und ja, sieht ja soweit ganz gut aus. Wie lange sind wir jetzt hier drin? 10 Minuten vielleicht plus minus 60% Trashdown. Noch drei Bosse. Too late. Na toll. Amen, na koi. Ergalitsch. Go, pull more, pull more, please. Die Clowns, da kannst du ruhig schon noch anholen. Würde ich sagen. Ja, das war okay. Dies war es okay. Nicht so super viel Damage gefahren. Aber da wollte ich auch eher drauf aufpassen, dass keiner stirbt. Ich klau mir den Speer einfach mal, weil ich es verdient habe. Finde ich. Und dann rein da in eine der letzten Gruppen hier unten. Sensationellen Damage am Pumpen hier mit 1,5k. Und da können wir sogar bestimmt noch ein bisschen mehr draufsetzen. Ja, 1,5. Schade, schade. Ich muss aber sagen, ich gucke mehr aufs Damage-Meter als auf die Heilung. Weil ich einfach so das Gefühl habe. Ähm, ähm, I don't know. Die machen das schon. Wo kommen die denn her jetzt? Okay, da muss ich jetzt dann doch scheinbar mal... Mal kurz mit rein heilen. Wie mir scheint. Denn die sollten da so, glaube ich, nicht drin sein. Ich habe auch überhaupt nicht aufgepasst mal wieder. Ein niciges Gameplay von mir. Naja, aber auch das ging noch. Der Vorteil ist halt auch, auch wenn das jetzt nach ziemlichen Low-Keys aussieht. Und warum soll ich da rein? Mein Parler hat halt, ist mit 2,22er Gear oder so in die neue Season gegangen. Und auch wenn ich nur eine M Plus vorher gelaufen bin, es war halt direkt was auf Item-Level 2,52. Und da muss man dann halt schon mal sagen, das ist ziemlich juicy. Wenn man halt vorher Kack-Gear hatte. Und das hatte ich definitiv. Ähm, dementsprechend will ich jetzt einfach diese Woche... Ja, mit dieser Indie ist es mir komplett egal, was ich am Ende bekomme. Ich glaube, das hat sogar 2,55 Item-Level oder so. I don't care, I don't know. Aber auf jeden Fall kriegt man halt noch was. Und es kann ja theoretisch, auch wenn es auf einem Item gesehen sehr unwahrscheinlich ist, es kann ja trotzdem ein T-Teil drin sein. Und das wäre halt schon richtig juicy. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich habe dann auch mehr Bock auf einen Twink, wo ich T-Teile zur Verfügung habe. Wenn sich das irgendwie realisieren lässt. Klar, dafür muss ich dann später auch mal ein bisschen mehr farben. Das ist halt gerade auch noch eher so der Tatsache geschuldet. Ähm, ersten IDs. Wir machen gerade extrem viel mit dem Main. Und ich will natürlich auch auf dem Main bestmöglich gegiert sein. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht noch die Zeit. Also wenn ich auf dem Parler auch noch jede Woche, so wie jetzt, 12, 13 Keys laufen würde, dann müsstest du mich aber... Dann wäre ich etwas kaputt. Etwas. Boah. Dritter im Damage. Krank abrasiert hier. Ich habe noch nicht mal Waffen. Ach, die zählen ja eh nicht mehr bei mir mit rein. Dann interessiert es mich nicht. Ich glaube, die Waffen hebe ich mir auf. Für... Vielleicht sogar den letzten Boss. Weil ich glaube, für den nächsten hat eh noch irgendjemand Waffen am Start und scheppert die da rein, dass der in einer Phase instant umfällt. Also da mache ich mir eher weniger Sorgen. Ich möchte dann eher sehen... Ich weiß nicht. Der Endboss, dadurch, dass du da keine Cooldowns und so weiter in der Regel aktiv hast, dauert der teilweise echt ätzend lang. Und ich muss hier schnell durch, damit wir hier fertig werden. Uns alle... Uns alle... Ihr seid rechtzeitig hier, aber der Flach muss weiter. Wir können erst ruhen, wenn der Himmel leer von Eindringlingen ist. So, das sieht doch schon mal aber ganz gut aus bis hierhin. Noch 20 Minuten Zeit. Meine Herren, das ist ja noch eine halbe Ewigkeit. So, anzwischen ist nicht mehr viel Außergewöhnliches passiert. Wir sind jetzt auch beim Endboss. Ich wollte es jetzt auch nicht länger nötig strecken, als... Als es notwendig gewesen wäre. Lassen wir es bis hierhin gut sein. Lief smooth. Vier Leute dead gewesen. Ich würde dem Heiler an dieser Stelle keine Schuld geben. Weil ich auch nicht mehr weiß, wie die Tote zustande kamen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich nicht ganz so gut aufgepasst zwischendurchlich. Aber jetzt hauen wir nochmal Ashen-Holo raus. Jetzt wird nochmal ein bisschen DPS geknuspert. Oh nein, jetzt ist das Zeug aus mir. Ach, dann ist mir jetzt scheißegal. Dann hast du das jetzt halt da, wenn du nicht rausgehst. Das ging noch. Jetzt ist schon mal so sehr wohl gefühlt in meiner Ashen-Holo. Der wollte da gar nicht mehr raus. Ich habe sogar noch so ein Wäffchen. Ups. Dann haben wir denen auf jeden Fall nochmal so einen Schmiedehammer ins Gesicht. Da raus. Da raus. Also da habe ich gerade irgendwie nicht so gut gespielt. Aber es ist zumindest keiner gestorben. Das ist ja auch schon mal was. Dann komme ich an den da nicht dran. So, jetzt. Kaktis-Pelz. Fesseln on me. Ja, ging sich auch so aus. Und damit ist der Dungeon durch. Yeah. Plus zwei auch noch. Krank. 160er-Wertung jetzt. Gift-Item. Gibt kein Item, natürlich. Das war ja zu erwarten. Aber gut, nicht so schlimm. Was hat der gekriegt? So. 42er-Schultern. Plate. Ich muss auch sagen, ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Bock auf Loot zu gieren. Oder zu geiern. Whatever. 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 So, siehst du, sehr nett noch. Liebe Grüße an der Stelle an Skrull und Xahutek. Fühlt euch gedrückt. Innerlich, öffentlich, wie auch immer. Wie euch das am liebsten ist. Und damit danke an alle fürs Mitkommen. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal.